leute wir sind immer wieder und bis das ich habe offscreen noch mal nachgeguckt und ihr wisst ja dann hier kann ich nicht in der kiste wartet hier zu bingeln ja und ja ihr wisst doch wir haben also eine blume hier bekommen die euch idee und wisst ihr was ich wollte ich quatsch jetzt ein bauken pinguin an Nimm mal den Förster, nimm mal den Förster. Glupsi Glups Glups., ja, das hat mir nichts. Glupsi. Ah, Glupsi. Jetzt verliert ihr euch die Idee. Wir haben einen Mondstein, der sieht cool aus. Wieso ein Mond halt. Ja, mit einem Stein. Mit einem Stein, da muss man dazu sagen. jetzt geht da rein der reingang der pinguini die flirten mit sonnenbrille wieder die sonnenbrille ist cool ja was wir gehen nach switcher piep gehen wir wieder das wird ja lieber dahin gehen wir fliegen dahin aber wir fliegen mit der würfel mit der möfe zu switcher piep machen wir und wissen was mir aufgefallen oder eingefallen allerdings wir haben doch noch ein schiff haben wir doch noch und ja schulder ich will machen gleich eine weltreise oder so irgendwie so erwartet so eine weltreise jetzt können wir uns erstmal wieder diesen grafisch hochtechnologen vorher gucken ja das war cool mal die flügel sehen auch geil musste dazu aber seine anstrengung bei so einem schweren Klopfer das erlaubt dass er nur trage er dass er die abstürt und die lobe breite Muskelkraft mein Buch ja na gut ja ich weiß gar nicht wie schwer ich bin Lach darüber nachdem jetzt nach Prozent Lander Kumpel nicht lachen los und alle die Erwanderung in den Wald oder wenn wir mal gucken was ist was okay das geht nicht mit 322 der zweite genie ja gut dann holen wir jetzt unser schiff war ja die antarktik haben auch hoch und oben war grönen das ist der nächsten toben da drin habe ich nun aber da habe ich die nächsten befreit sagt ja naja der sein können aber ist immer was aufgefallen ja das ist mir egal das spiegel verkehrt ja naja sein soll ein bisschen was anderes seien nicht nur so ein abgeguckt haben ist von der echten welt aber wo sind hier inseln steine haupte steine inseln mal gucken was hier ist ja hier muss irgendwo gibt sie was war eine wald die musik die kenne ich die die war in der savanne wo ich die tiere gerettet oh mein gott ein busch oder so eine küsse musste kaputt gegen stellen okay ich kann nicht weißt du was ich weiß nicht an die kiste ankommen schauer eigentlich nicht was für eine idee ich weiß ich bin schlau geld ganz viel geld ob rechts was ist oder wo gehe ich jetzt lang ja genau hier ist nix nur ein busch ja ein ziemlich komischer busch wo gehe ich jetzt lang ja genau hier gehe ich nämlich 9 ohne küsse 0 glückselixier den trinken weiter passiert wenn man glückselixier trinken genau was habe ich hier eigentlich schriftrolle von melina angeht wie das kleine die herren oder so ja ich wir heiraten probleme ach ja was gucken wir auf mann ist es was nein wir gucken uns jetzt erst mal noch ein zauber an wir haben diesen horn zauber von dem hauen der hauen zauber so lustig gemacht ja also ja hier war das zauberdruck muss der hauen zauber feuerring 28 hier guck mal hier von zauber abwehrkräfte was das flora zauber beschwert heilsam magie wasser zauber unbesiegbarkeit noch ein zauber ermöglicht die flucht und wirksam gegen alle krankheiten ich habe alle zauberer ich bin gut kristalle ja kristalle na gut macht man mit den kristall man kann sie mit kristall geld zauberringen kaufen die kann man einsetzen gegen monstern so ein schön stark eigentlich wurde frage schon hast du auch eine waffe ausgerüstet ja aber die kann man manche ständig benutzen ich habe ich habe planetenbrecher die kristall die kristall der hauen auf so gut wie er war es einwand er habe bisher ich bin ich bin ich bin ganz stark an zählen ja genau sei das liebe zählen kristall aus aus ja genau keine hoch der in irgendeinem Busch gibt's Schuhe was haben wir hier? Geld war das war so klar Bist du manchmal findest Schuhe auf immer Geld? das ist bestimmt bei Utensilien Ah ja guck mal hier äh nein mal komm sie machen dich schneller ok rüsst dich so aus geil Turboschuhe ich hab Turboschuhe Njoo 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 hast du nicht gesehen 100 Meter und 2 Sekunden ja guck mal wie schnell ich bin ich merke ja nicht dass ich schneller bin na ok ich glaub das war's mit der Insel gibt's hier noch irgendwas? ja nur in Cottonman oh what the fuck war ich hier schon mal? mal gucken ja Mai? das ist das mit dem Metall? ja hier muss ich denk ich mal irgendwas machen und dann bin ich raus häh was das für eine doofe Stadt? ich glaub ich kann hier unten irgendwo lang war ah nö ah hier oben what the fuck das ist ja das ist ja Hotel steht da sogar das ist ja eine richtige Texas Stadt so keine Ahnung müssen wir schlafen? Texas ne ich bin voll nicht so voll so ja machen wir das Heimatland von George W. Bush cool ja speichern wir erstmal so guck mal wir spiel schon oder ich spiel schon 8 Stunden und 36 Minuten bist du ein Checker da kann ich was dafür hehehe okay was das? 2X ah wer bist du? wir wollten Burg Drachenfels sehen doch man ließ uns nicht herein wer bist du? du willst Burg Drachenfels sehen? gerne ich liebe Burgen kann ich Drachenfels besichtigen? sorry aber die Burg wurde verkauft neuer besitzer ist doof aber denke ich mal japanisch ich mag kaputt das ist bestimmt der lahn orake ok wenn ihr abstand ist ja alles will ja mal gucken machen wir mal ja schnelles rennen bringt ihr glück doch neue schuhe sind von nöten ich habe dann neue schuhe und jetzt schon deine normale lahn magier da hier kann ich jetzt kristalle und geld für zauberringer schwarzmeier holt ihr in ruhe alles aus guck mal das stärkt mich das macht mich schwach das sieht aus wie ein drachenkopf ist das gibt ein fluch auf hiervon ja gut ich brauche glück mit vorfang man doch so braucht mann leute leute brauchst du denn ich brauche zwei gerne ja nein da habe ich belegt scheiße zeit haben wir noch kurz ja leute wisst ihr was ich glaube ich ich habe doch geld nur ich habe ordentlich geld nur ich kaufe mir einfach ein so ein zeug ja jetzt habe ich eine robe so und ein so ein drachen den kochen auch das ist bestimmt irgendwann also mehr geht wirklich nicht also leute mehr geht nicht du hast du gerne laden darfst nicht mehr kaufen nur zwei stücken ihr weiß was ich kaufe noch schnell dieses an die flugzeug ich kaufe alles was ich brauche hier an die flugzeug nämlich fünf stück und dann an die flugzeug an die flucht und wieso ich habe irgendwie die flugzeug verstanden nämlich doch das zeug soja weg los weg hier haus vor ist vor ist vor ist vor ist dann oder ich sehe schon das ist wieder spät hier ja mal ja ich glaube ich mache jetzt schluss für heute und ja wir verabschieden uns jetzt nicht schon ja also dann leute bis zum nächsten mal ja ich habe schon tschüss gesagt ne du hast ja gesagt ich hab tschüss gesagt ach so ach so äh falls nicht nochmal tschüss tschüss ok jo tschau leute und dann